Hallo, liebe Deutschlerner! Ich habe über dieses Thema schon oft gesprochen, aber ich möchte noch mal zur Erinnerung ein Video darüber machen. Fehler sind okay. Fehler sind vollkommen okay. Ich bekomme immer noch Nachrichten von Leuten, die sich entschuldigen für ihre Fehler und die sagen, entschuldige meine vielen Fehler und so weiter. Nein, sie sind vollkommen okay. Und das ist auch sehr wichtig. Deswegen spreche ich auch noch mal darüber, obwohl ich schon sehr oft darüber spreche, damit du weißt, es ist vollkommen okay, Fehler zu machen bei vielen Dingen im Leben und vor allem beim Deutschlernen. Okay, bis bald!